Hallo und herzlich willkommen zu diesem kleinen Nachtrag zu dem Video gestern. Gestern ging es bei uns um Carona, die falsche Göttin. Und meiner Meinung nach ist sie ein hervorragender Voltron Commander. Und zu einem Voltron Commander gehören natürlich auch die Karten, die namensgebend im Prinzip dafür verantwortlich sind, dass der Commander das Spiel schnell beenden kann. Beginnen möchte ich mit drei eher unscheinbaren Karten, die an sich gar nicht so viel zu Carona Stärke beifügen. Die aber höchst interessant sind, wenn man sich überlegt, dass Carona halt jede Runde den Besitzer wechselt. Zum einen haben wir Geisteskontakt, Vampirkontakt und Feindes Gespür. Die drei Karten haben gemein, dass sie jeweils nur ein Mana kosten. Und aufgrund ihres alten Wordings so funktionieren, dass immer wenn die Kreatur Schaden zufügt, der Kontrolleur der Verzauberung den Bonus bekommt. Und nicht der Kontrolleur der Kreatur, was zur Folge hat, dass wir von den Effekten im besten Fall in einer Vierspielerrunde zum Beispiel viermal pro Zug, bis wir wieder dran sind, profitieren. Besonders gut ist dabei feines Gespür, das Timeshifted-Äquivalent zu Neugier, die ich aber nicht spiele, da einfach meine Kartenslots halt begrenzt sind. Und ich Vampirkontakt und Geisteskontakt gerne spiele, um auch etwas unkonventionelles Removal zu haben. Denn da ich diese Verzauberung auch an die gegnerischen Kreaturen spielen kann, kann ich damit quasi verhindern, dass diese Kreaturen Schaden zufügen, mir zumindest. Oder wenn es eine besonders interessante Kreatur ist, kann ich davon profitieren, dass ich jede Runde Leben bekomme. Eine weitere Karte, die auf diese Art und Weise funktioniert, ist One with Nature, die einem Standardländer raussucht. Allerdings habe ich die Erfahrung gemacht, dass ich tatsächlich diese Verzauberung nur auf der Starthand haben möchte, nicht aber im späteren Verlauf ziehen will. Dementsprechend habe ich sie raussortiert und spiele sie nicht mehr in der aktiven Liste. Dann kommen wir zu den großen, bösen Verzauberungen, die Karona so stark machen, also deutlich verstärken. Das sind zum einen Schild der Überseele und dann Runen des Deus. Die haben den Vorteil, dass sie zum einen unzerstörbar machen und Flugfähigkeit, was Karona viel schwerer zu blocken macht. Die plus 2, plus 2 sind dabei relativ unrelevant, da einfach Karona, also mit 8 Power, auch 3 Treffer braucht, genauso wie wenn sie 10 Power hat. Also im Prinzip ist es rein rechnerisch überhaupt nicht relevant, ob sie jetzt eine 7, 7 oder 8, 8 ist. Bei Runen des Deus ist es ein bisschen anders. Runen des Deus gibt der Kreatur Doppelschlag und Trampelschaden, was natürlich sehr verheerend ist und Karona deutlich beschleunigt als Klock. Was ich nicht spiele ist ein Steal of the Godhead. Einfach aus dem Grund, dass ich festgestellt habe, dass meine Spielrunde und Blockbahn ich so gerne mag. Zumal das auch zur Folge hat, dass ich Karona nicht mehr blocken kann und sie dadurch zu gefährlich für mich selbst wird. Und Lebensverknüpfung, auch wenn wir nicht unbedingt, wir haben nichts dagegen, dass die Gegner viele Leben haben, da wir mit Commander Schaden gewinnen wollen. Aber Lebensverknüpfung ist trotzdem in mancherlei Situationen etwas nervig. Besonders wenn es an Decks geht, die von dem Leben mit irgendwelchen besonderen Effekten profitieren können. Dann kommen wir zu den Gelübden. Ich spiele nur 4 der Gelübde, da das schwarze Gelübde mir relativ unsinnig erscheint. Das rote und das grüne finde ich besonders stark, weil sie für ihre entsprechenden Mana-Kosten besonders viel machen. Allerdings kann man keines der Gelübde als schlecht bezeichnen, denn für 3 Mana, plus 2, plus 2 oder plus 3, plus 3 in dem Fall zu bekommen, ist schon kein schlechter Deal. Und dass Karona damit nicht mehr in der Lage ist, uns anzugreifen, kommt uns ja nur gelegen. Als vorletzte Karte würde ich noch gerne den Kampfanzug vorstellen. Der Kampfanzug hat den unglaublichen Vorteil, dass wir verhindern können, dass Karona geopfert wird. Das ist eine der großen Schwächen des Decks und Kampfanzug ist leider die einzige Möglichkeit neben Jubilieren der Engel, um das konsequent zu unterbinden. Und dadurch ist die Karte quasi der geheime MVP des ganzen Decks. Wenn wir bei MVPs sind, Flickerform steht auch nicht weit hinter dem Kampfanzug. Einfach aus dem Grund, dass man mit Flickerform die Augen und Karona vor Mass Removal schützen kann. Auch von Mass Exile Effekten und damit einfach Karona die nötige Sicherheit gibt und die Nachteile, die Augen normal so mit sich bringen, dass sie im Regelfall 2 zu 1 tauschen, eben ein bisschen minimiert, wenn man das Mana offen hält. Das war's zu meinem kleinen Voltron-Überblick, was die Karten angeht, die ich in meiner Corona-Liste spiele. Ich hoffe, das Video hat soweit gefallen und man konnte zumindest ein bisschen erkennen, welche Karten gemeint waren. Und natürlich hoffe ich, dass weiterhin jeder, der Lust hat, sich eventuell meine Videos anschaut. Wer diese Art von Video mag, kann ja gerne einen Kommentar hinterlassen, auch was die Videoqualität und Audioqualität angeht, weil das sind meine großen Schwachpunkte, denke ich. Und ja, vielen Dank fürs Zuschauen und ich würde mich freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder einschaltet. Macht's gut!